Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Adventskalender Türchen Nummer 8 steht heute an, zusammen mit dem lieben Micha. Ja, ihr seht mich jetzt gerade nicht, dass es wieder so gewollt, denn wir haben dieses Video nicht richtig anmoderiert, denn es war eigentlich als anderes Video geplant, aus zeitlichen Gründen und auch, weil sich nicht so viele Leute für meinen Adventskalender beworben haben, könnt ihr übrigens super, super gerne noch machen, falls ihr noch teilnehmen wollt, wird dieses Video, was eigentlich als anderes geplant war, jetzt zum Adventskalender. Das ist trotzdem genauso cool, aber das muss ich euch hier vorweg nochmal sagen. Zusammen mit dem Micha, schaut unbedingt bei ihm vorbei, es wird zwei Challenges geben in dem heutigen Video und keine Prognose. Die heutige Prognose, die angestanden wäre, wäre Stuttgart gegen Nürnberg. Ich hau auf einmal meinen Tipp raus und das ist ein 3-1 für Stuttgart. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video, ist richtig, richtig nice geworden. Der Micha hat, das war verrückt, schaut es mir einfach an. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go. Wir machen heute zwei Challenges, einmal den Platzhirsch und einmal den Mystery Ball, den Überraschungsball. Das sind die zwei neuen Modi zu FIFA 20, ich bin absolut gespannt, was das wird. Und wir werden die zwei Spiele mit Zufallsteams machen, dann würde ich dir einfach den Vortritt lassen, drücke einfach mal auf Zufall und guck mal, was da für eine Kackmannschaft rauskommt. Bedrückt. Also der macht quasi auch selber hier dann gleich Zufall und unten gleich Zufall. Okay. Egal, ja, Tijuana. Ich bin Tijuana. Egal, ja, super. Kolumbien, Jaguars, wird richtig gutes Spiel, ich bin gespannt. Ich auch. Jetzt einfach rein starten, WTF. Im BC Play Stadium geht es los, wir haben einen coolen Ball ausgewählt, wenn ihr das hier seht. Coolen Ball. Und, ja, starten rein mit einem coolen Trainer. So Leute, das für die, die es nicht wissen, wie das funktioniert, ich weiß es auch nicht. Ich zum Beispiel. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es zwar mal gesehen, aber Micha hat es noch nicht mal gesehen, ich habe es auch noch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall jetzt so ein Feld und da muss man sich quasi dann aufhalten, um ein Tor aufzuladen. Wenn ich mich jetzt hier rein stelle, dann sieht man, dass da unten auflädt oder auch im Feld sieht man das. Und aktuell zählen die Tore null und desto länger man drin ist, desto mehr zählen die Tore quasi. Jetzt hast du quasi ein Tor, das lädt sich relativ schnell auf, aber es geht auch wieder weg. Also du hattest gar zwei, jetzt hast du wieder nur ein Tor und so. Also, ja, ist auf jeden Fall crazy, ihr kriegt das auf jeden Fall mit. Mystery Ball wird dann auf jeden Fall noch lustiger. So, jetzt muss ich mich hier aufhalten, ohne dass du mich irgendwie umgrätscht. Das ist ganz kritisch. Er will unbedingt mehrere Tore haben. Ja, ja, ich muss hier direkt sammeln. Boah, der wechselt ja auch den Ort, dieser Dröck. Die laden ja relativ schnell auf. Ich weiß nicht, was das Maximum ist. Das Maximum 3, 4, ich habe keine Ahnung, 5, 6, 80, ich weiß es nicht. Ich habe gar kein Feld. Ach, ich muss auch noch da hinten. Ach, jetzt. Ja, das ist immer das gleiche Feld. Das ist immer das gleiche für beide. Ähm, ja, ich habe noch drei. Ich will mal sehen, ist drei. Ja, okay, drei ist das Maximum. Okay, ja. So, das rattert natürlich jetzt schnell runter. Das heißt, ich muss relativ zügig jetzt ein Tor machen. Mit dieser Mannschaft wird das bestimmt richtig einfach. Oh, scheiße. Aber Chance ist noch nicht vorbei. Die drei Tore stehen noch. Komm her. Ich weiß nicht, gibt es, ich weiß nicht, ob es Fouls gibt. Es kann sein, dass es keine Fouls gibt. Ne, habe ich gar nicht ausprobiert. Äh, in dem Bereich nicht, meine ich. Außerhalb schon, aber in dem Bereich, glaube ich, gibt es keine Fouls. Dass man nicht quasi leichter für den Ball trennen kann. Ja, in dem Bereich gibt es auf jeden Fall keine. Der Schüge hat keinen Vorteil gezeigt. Oh Gott, nee, du hast drei. Oh, der steht da wie eine Wand. Ich komme aber auch nicht nach vorne. Ja, ja, mit den Mannschaften ist das richtig gut. Jetzt nehmen wir das noch mit, dass die zwei sicher steht. Und dann können wir ins Abseits laufen. Ja, können wir ins Abseits. Alter, ich habe mich jetzt so gefreut, dass wer fast schon sicher ist. Crazy, crazy. Oh, die verlieren da den Ball. Die kriegen den nicht unter Kontrolle. Immer noch nicht. Ja, läuft. Das ist Micha wieder mit seinen Flanken. Oh, warum? Wieso läuft der denn weiter? Jetzt bitte nicht ins Abseits rennen. Danke. Aber vielleicht trotzdem nach vorne rennen und nicht einfach stehen bleiben. Danke. Bleiben wir einfach stehen. Machen gar nichts mehr, die Spieler. Oh, jetzt sichert er sich die drei. Jetzt sichert er sich die drei. Das ist nicht gut. Und jetzt kann es gefährlich werden. Jetzt wird es gefährlich. Ja! Scheiße! 3-0! 3-0! Oh, 1-0! 3-0! 3-0! 3-0! 3-0! Scheiße! Das ist gar nicht gut. Wenn ich mal treffen sollte, dann muss es auf jeden Fall ein Dreier sein. Das ist so tricky. Oh Gott! Nein! Was für ein hiesiger Fehlpass war das denn? Scheiße! Boah! Alter Vater! Gut, dass wir das auch wissen. Und gut, dass es jetzt dann das 6-0 ist. Das ist die Entscheidung. Da kannst du nichts mehr machen jetzt. Scheiße! Komm, 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 komm. Erste Chance in dem ganzen Spiel. Der Torwart kam raus. Der Micha hat ihn perfekt getimed. Bam! Da ist es! 8! Alter! Jetzt werde ich richtig platt gemacht. Alter! 8-0! Micha zerstört Mieke. Absolut krass. Meine Challenge! Komm schon. Es zählt zwar nur zwei, aber es wäre trotzdem ganz cool. Nein! Scheiße! Nicht mal das habe ich geschafft. 8-0! Absoluter Glückwunsch hier von meiner Seite aus. Wir gehen in die zweite Challenge. Da geht es jetzt ganz, ganz heiß umher. Überraschungsball. So Leute, da sind wir wieder back. Und werden uns wieder eine Zufallsmannschaft auswählen. Und ja, mach einfach mal. Diesmal fängst du an. Ich soll anfangen? Okay, dann fange ich an. Einen Halbsterne! Gegen FC Senior! Alter, einen Halbsterne! Willst du mich verarschen? Loil! So Leute, wir starten rein. Mystery Ball. Die Zebras in grün applaudieren. Ja, das wird super. Alter! Und wieder ein Trainer. Ja, safe Trainer. Dann wir schauen vor dem Tor! Alter! Junge! Breakdance! 1-0 Führung! Heute ist Michas Tag. Heute zerstört er mich aber so richtig. Ja! Also... Okay, wenn natürlich dann der Schussmodus an ist und dein Team eben keine Geschwindigkeit mehr auf Vollpower hat, dann ist natürlich schon mein Team dann das Schnellere. Das ist klar, das ist klar. Jetzt ist Tempo Boost. Oh, scheiße. Warum gebe ich dir den Ball? Nein! Loil! Oh, was? Oh, was? Der hat den gehalten! Ja! Wie will der denn hin? Hallo! Nein! Scheiße, jetzt gibt es kein Tempo mehr. Passspiel, ja, das ist das Loweste. Gib mir den Ball! Hilfe! Ich habe Angst! Loil, loil, was? Wie er den gehalten hat! So ein guter Typ! Scheiße, jetzt ist der Schuss weg! Ja, Passspiel mal zwei schon was! Schon mal zwei! Seht das auch bei Ecke? Ja, wenn du triffst. Nein, ich meine, äh... Der Passspielbuch. Ach so. Also die Flanke an sich von der Ecke. So, wieder schießen. Schießen, schießen, schießen. Geschießen. Jetzt wird geschießt. Hoffentlich schuße ich jetzt mal. Oh! Ja! Fuck! Scheiße! Dreck! Dribbling ist nicht so krass. Das ist gar nichts für mich. Ja, für mich auch nicht so heftig. Ist doch Schweinskrab! Lupfer, der nicht sprach! Oh! Wie doof bin ich denn? Da kannst du nichts mehr machen. Da kannst du nichts mehr machen. Geh raus, Lieben, geh raus. Ich will ein anderes Ding. Weg! Weg, weg! Jetzt, komm! Ja! Ah, 1 zu 1, endlich! Es hat lang gedauert. Das erste Tor heute gegen Micha gemacht. Oh Gott! Passspiel ist das. Das ist nicht so krass. Oh, was für ein Dreckspass war das denn? Ein Problem für meinen Keeper. Äh, dachte ich, Passspielboost und dann kommt so ein Kackball rum. Jetzt wird's kritisch. Deine können nämlich schießen. Scheiße! Als hätte ich's gewusst. Ich hab' ich gesagt, deine können schießen. Und dann ist es direkt das 3-1. Sag! Mann! Welcher, was ist los mit dir heute? Hast du gedopt? Ja! Ja, super. Ganz klasse. Richtig geil! Was macht er denn? Weiß nicht. Er gönnt mir den Ball. Bei Dribbling hab' ich aber grad schon mal ein Tor gemacht, glaub' ich. Der kommt niemals ran. Lol! Was hat dein Torwart eigentlich probiert? Ah, Mann, Leute. Halt seit 3 zu 1. Ich bin enttäuscht. Keine Chance. Keine Chance. Und? Was? Was ist ein Dreck? Brigic! Woo! Wie viel steht's? 5-1? 5-1. Ich geh's kotzen. Scheiße! Das ist gar nicht gut jetzt. Weg damit! Oh, ohne Garde! Was? Gar nichts? Hallo! Nicht mal Freistoß, lol! Das doch Schweinskram ist das doch! Nein! Und jetzt gibt's kein Schießen mehr! Ja, die Fans sind enttäuscht von dem Mieke! Ja, jetzt kannst du das Torrennen! Ja, genau! Sag der, der jetzt Tempo hat! Ich raste aus! Tschüss! Nein! Fuck! Okay, ich hab' verloren! Ach, Mann, ey! Da komm' ich nicht dran! Da auch nicht! Aber der ist einfach zu schnell für dich! Ja, ja! Das war's! Aber 2 zu 6 ist halt noch nicht geil! Ja, aber bei Tempo, wenn du einmal in Fahrt bist... Ja, ja! Passspiel! Blech! Mal 5 wahrscheinlich! 3! Oh mein Gott, wenn du jetzt triffst, hab' ich absolut verloren! Dann, dann ist echt Game Over! Wenn ich jetzt treffe, dann bin ich wieder dran! Geh weg! Nein! Nein! Oh! Nein! Oh, hab' ich ge... Boah, hab' ich gezittert! Oh, schießt mal 2, geht auch in Ordnung! Okay, geht nicht in Ordnung! Ja, geht in Ordnung! Kopfball! Ich weiß nicht, warum du Ecken so gut kannst! Alter, ich spiel nie wieder gegen mich, ja! Was ist da los? Was ist da los? Was ist da los da rein? Zum ersten Mal spiel ich die neuen Modi und krieg richtig auffresse! So'n guter Schuss! Alter, wahrscheinlich hält dein Tor hat den, oder? So'n Wolli! Oh, alle Boots! Boots! Hier, ihr Zassnis! Zassnis! Alle Boots! Alle Boots hab' ich jetzt! Nein! Ja, der Verkacktes! Ja, nach dem Einwurf deiner Mannschaft dann alle hinten, alle Boots, alle hinten Boots! Alle Boots! Alle Boots hinten Boots! Nein! Ich hab' so reingeschissen in diesen Drecks! Mystery Ball! Leck mich! Ja! Mann! 11 zu 2! Was?! 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 Leute, verzeih'n's mir! Irgendwie ist mich ja zu krass! Und dabei hattest du alle Boots! Ja, nochmal! Ja, nochmal! Ne, ist Tempo, glaube ich! 2 Sekunden! Tempo 2, ja! Ja! Super! LOL! Was?! Das der nicht drin ist! Aber ich hab' sowieso schon verloren! Also jetzt ist wirklich... Oh, ich pass' dir auch noch, bitteschön! Danke! Danke! Da ist es das 18 zu 0! Boah! Alle Boots! Alle Boots! Für dich, Micha! Viel Spaß! Danke! Ich hab' ihn nicht! Doch! Ich hab' ihn! Ja! Sehr gut! Scheiße! Alter! Das Ganze so verkaufen! Ich muss das gegen Jan spielen, dann gewinne ich! Challenges! Da ist das nächste, da ist das! 16 zu 2! Jetzt werde ich auseinandergenommen! Alter, schafft er die 20? Ich weiß es nicht! Kann passieren! Aber mir wäre immer nur Dulis vorgeschlagen, die ich einwechseln soll! Das ist ziemlich beteiligt! Ist das gar keine mehr? Hallo, Grünpass! Was? Passt Boost, ne? Passt in die Ultrakacke! Ja! Abseits noch! Der kam doch von dir! Alle Boots! Alle Boots! Und noch 3 Minuten, 2 Minuten! Das ist jetzt nochmal dein Angriff mit Tempo! Komm' ich sowieso nicht hinterher! Und dann kann er ihn ganz locker reinschießen mit... Millionen Climber! Nein, faul! Ja, genau! Lol, meine... Alter! Was? Was geht da denn ab? Rakete! Da muss man in der Zeitlupe sind! Alter! Zeitlupe, kann man das sehen? Jo! Der war doch drin! Nee! Linie! Ah! Ja! Und damit war's das! Ganz klasse! Das war's mit dem Video! Ich hoffe es hat euch gefallen! Ich fand's auf jeden Fall mega mega nice! Auch wenn ich von mich ja richtig zerstört wurde! Props an ihnen gehen raus! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Türchen Nummer 9! Da geht's wieder gewohnt weiter! Und ja, ich bin schon gespannt drauf, welchen Zuschauer wir da empfangen werden! Lasst euch überraschen! Wir sehen uns morgen wieder! Einen schönen zweiten Advent noch! Haut rein! Bis dahin und ciao, ciao!